Und das ist auch restauriert und funktioniert, nur das Band ist scheinbar so alt, das nützt sich unheimlich, das schraubt sich ab, wenn das eine Minute läuft, dann muss man den Tonkopf wieder reinkommen. Da können wir ein neues spendieren. Da haben wir genügend, wir wollen das alte natürlich schon. 4.12 Volt, 35 Kilo schwer, tragbar, gedacht für Kriegsberichterstatter und Korrespondenten. Akkusatz waren ein bisschen schwerer als das. Also wirklich für den Rundfunk und dann die Bänder ab ins Funkhaus? Eher im Wehrmachtseinsatz. Also, ich weiß ja, ja, schon vielleicht für Wochen schauen und solche Dinge, ja. Ja, das ist gut.